Aua! Aua! Hallo George, wie geht's dir? Huhu, mir geht's schlecht. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich bin Tierexpertin, was ist passiert? Müssen sie nicht wissen. Bitte, ich kann euch helfen. Beruhigt euch. Nein, ich möchte dir helfen. Nein, hallo ruhig jetzt, wer sind sie, okay? Ich bin Tierexpertin, und ich kenne das Gegengift. Na gut. Leute, wir müssen den Wolf und das Krokodil noch fangen. Wie, sie wollen den Wolf und das Krokodil noch fangen? Wenn wir den nicht fangen, werden wir alle sterben. Ich hab das Gegengift gefunden. Hier, nehm es. Danke, dass du uns geholfen hast. Wir haben es geschafft. Es war schwer, aber es ist vorbei. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk